Hallo meine lieben Leute, ich mache heute einen Follow Me Around und zeige euch heute, was ich bei Reich und Hopf auch eingekauft habe. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Hier habe ich BR-Gamaschen gekauft, die haben 59,90 Euro gekostet. Hier ist Glitzer und Grau. Da sind Hinter-Gamaschen und Vorder-Gamaschen dabei. Dann habe ich hier schwarze Glöck-Lagermaschen, Bandagen eingekauft, die haben 24,90 Euro gekostet. Die haben, wartet, die haben hier Glitzer und hier nochmal Glitzer und hier halt so Stoff und innen haben die halt so warmes Vlies. Dann habe ich hier so ein Dressur-Duttkissen gekauft, also kein Duttkissen, sondern was man um den Dutt macht. Das hat 8,90 Euro gekostet. Dann habe ich hier diese BR-Schabracke gekauft. Die hat 39,90 Euro gekostet. Das ist eine Vielseitigkeit-Pony-Schabracke. Und dann war ich fertig mit dem Einkauf. Dann hat Reitspottopf auf mir diese Socken geschenkt. Da möchte ich mich nochmal dran bedanken für die Socken. Und am Samstag gehe ich zum Mitternachtsshopping bei Reitspottopf auf. Und danke für die Einladung an Reitspottopf auf. Und da kann man einfach um Mitternacht shoppen und dann mache ich ein Follow-me-Round. Und dann bedanke ich mich einfach nochmal und tschüss. 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 Vielen Dank.